Das Spiel ist nochmal Song for JT, Take Nummer 3. Song for J.T. Was heißt das? Das heißt Lied für J.T. Das sind Initiale meines verstorbenen Patenonkels. Ja, das klingt jetzt erstmal sehr traurig. Ist es auch, weil der vor fünf Jahren verstorben ist. Ziemlich zeitnah sogar zu dem Datum heute. Und einer der Menschen ist, der mich, bin ich überzeugt, ganz nachhaltig geprägt hat. So durch seine Art mit Menschen umzugehen, durch seine Offenheit. Und das klingt jetzt immer so klischeehaft, aber natürlich als Musiker versucht man auch so Impulse zu verarbeiten. Und das Stück habe ich ihm dann gewidmet. Und hier gibt es nichts hinzuzufügen, ne? Also fangen wir an. Und das klingt was schön. So... So? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020